Ja, was könnten wir denn als nächstes machen? Wahrscheinlich Tier 1? Terrasse oder Mausoleum? Ich weiß es nicht. Was war denn ein Mausoleum? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Das wird nichts Besonderes gewesen sein. Da hast du Pech, wenn du nur so ein kleines Mäppchen bist. Das habe ich hier tatsächlich nicht schon. Und ein Ding und ein Ding. Aber das ist erstaunlich. Das ist ja derselbe Atlas-Tree, wie meine Okkultistin sich schon vorbereitet hat. Das heißt, wir haben dummerweise Punkte verschwendet in Essenzen. Aber der Rest ist in Map-Sustain und Kirak-Missions. Das mit den Kirak-Missions, das funktioniert nicht so wirklich. Na gut, ich habe jetzt auch erst vier, fünf Raps gemacht. Kann man eigentlich nicht. Kann man dann nicht, oder? Oh, oh. Das ist ja hier... Ja, liebe Octavius. Das ist ein System hier. Metamorph. Ah, Metamorph ist auch so rippee. Oh, one kill. One hit kill. Possible. Das ist ja hier. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn hier bei euch los? Was führt ihr euch denn so auf, ha? Uiuiui, was war denn das? Ich dachte, ich kann nicht mehr bluten. Das hat aber jetzt verdammt nach Bluten ausgeschaut. Bist du für ein Hektiker? Bist du für ein Hektiker? Bist du für ein Hektiker? Na ja, ihr seid alle so ein bisschen hektisch hier. Ignorier, ignorier! Bist du für ein Hektiker? Bist du für ein Hektiker? Bist du für ein Hektiker? Das hört sich schief an. Bist du für ein Hektiker? Mittendurch! Ja, dann. Machen wir schnell den Bossi-Bossi. Hier haben wir jetzt mal alles an Metamorph gemacht, was zu machen ist, oder? Ja, da gibt's da unten noch was. Glaub ich nicht, oder? I don't think so! Aber der Bossi-Bossi wird sicherlich Metamorph technisch noch mitspielen wollen. Dann. Dann. Dann marken wir das jetzt schnell. What is it? It is. Aber was? Okay. Was macht denn einer Pfutscher so? Was ist da rum oder was? Walking Viver, das ist doch mein Lieblingsding. Hass, ich will zau. So, dann gucken wir mal. 17. 17 sollte mir early sein, ha? Der guckt auch nicht so aus, aber Pfrrp macht er. Dann machen wir mal Facetanking. Wave of Conviction. Gut. Das schaut gut aus. Schön den Katalyst. Schön was zum Anziehen. Noch ein Katalyst. Ja gut. Dann danke Tane. Ab dafür. Eie. Ja gut. Ja, jetzt stellt sie natürlich die Frage Was machen wir jetzt?